ARD Text im Auftrag von Funk 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 Erstens, spinn mal kurz weg, hab ich gesagt. Oh, Luke, Alter. Jetzt da wieder. Wo bist du? Was ist? Du hast mich nur weggezogen. Ich würde gerne Nemo wegmachen. Ja, dann. Nein. Steven ist ein Traitor. Die Frage ist nur, wer der andere ist. Nein. Doch, du hast auf mich mit der Science-Avo geschossen, du Affe. Das habe ich mitgekriegt. Nein. Doch. Junge, Dete oder Traitor? Wem glauben die Leute wohl eher, ja? Alter, ist der Lukas. Ich tue dich in der Zeit, ich schätze. Mio? Ganz egal, welche Rolle. Wir könnten jetzt auch nach der Peterschen Methode verfahren, aber die Frage ist halt nur, ob sich das lohnen würde. Hui! Die Erde? Alle mit dem Rücken zur Wand, nicht klar einen nach dem anderen ab, bis wir den Traitor haben. Wer aus dem Haus oben ist, der ist Traitor. Ich bin gerade mit der Shotgun von hinten abgeschossen worden. Aus welchem Haus? Gandhi. Ja, wer auch sonst, ich hab's doch gecallt. Warum glaubst du nicht? Er war halt schon tot. Ja, aber er war echt schon tot, Golle. Hallo, Conor, du warst echt schon tot. Aber schon ein ganzes Stück. So. Guck mal. Also, ich bin Inno. Herr Lubitz. Hey. Hi. Hi. Können Sie mir mal bitte erklären, warum Sie einfach auf harmlosen Mitbürger schießen? Ich werd' angeschossen vom Leuchtturm. Mate. Drück mal. Herr Lubitz. Wollen Sie mich denn platzen? Bleiben Sie tot. Danke. Ist der Jojo tot? Äh, Herr Lubitz hat auch wieder einen Abgang gemacht. Äh, hier. Jojo, lebst du noch? Weiß nicht. Ne, anscheinend nicht. Boah, ach komm, geh hem. Hab ich... Ne, hab ich nicht. Toll. Ey, ich bin gerade im Trader. Ich bin, äh, im Shop gewesen. Oh Gott. Loil, Nemo bist du schlecht. Oh mein Gott. Ja, ich komm mit dem M16 nicht umgehen. Ja, ja, alles gut. Du kannst mit dem Spann. Steven? Äh, ich war da haltet der Einten, lass voraus. Steven, hast du am Anfang mit der Science-Au auf mich geschossen, oder nicht? Nein. Was war das dann am Anfang für ein Science-Schuss auf mich? Das war ein Nemo. Weiß ich nicht. Was ist für ein... Ich bin da Lava gespawnt. Geh, gehe. Ich bin... Hä, warum ist mein Karma mittlerweile bei 4700? Weil du spielst wie der letzte Bot. Der Bot. Der Wartner. Ja, ne Frage, beantwortet. Ja, aber gerade eben, als ich rausgekommen bin, hat es schon 16000. Ach, Herr Lube, das wollen sie mal gehen. Also ich bin seins tot. Lukas bei mir? Lukas Plates? Ohne Waffe. Gez... Also ich bin quasi ohne Waffe, ich hab ne Rifle, mit der, da treff ich eher, keine Ahnung. Ja, spät, als irgendwas anderes. Ja, das Trailer. Keine Ahnung. Ich bin eins. Ich bin eins, Inno. Du bist eins, Inno, das ist nice. Ich war eins, Dete vorhin. Ja, jetzt bist du eins, Trailer. Jetzt hab ich eins, nice Waffe. Du bist eins, Trailer. Disco auf mich, Alter, ich bin geflogen. Wow. Ich schmeiß alle Discos. Alle, die hier hinten liegen, weil da liegen sechs Stück und das ist mir echt zu gefährlich. Ich bin schon so oft daran gestorben. Ja, damit killst du lieber die anderen. Ich schmeiß dich einfach in die Mitte der Map. Ja, ich schmeiß dich einfach in die Mitte der Map. Ich hab irgendwie gekillt und hab, äh, Chance bin, äh, Upgraded to 75%, ich hab irgendeinen Trailer mit, äh, in der Disco getötet. Hahahaha. Ich seh! Hahahaha. RIP. Äh, ich krieg Damage. Wer, 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 wer. Da hinten liegt jemand. Oh. Oh. Wo er hinten ist? Herr Lubitz! Halt einfach den Mund. Für die algemeine Belustigung. Hä? Du bist doch ins Marken- NEI! Der ist genau von... ...mena hier unten bei den Kakteen. Das hat gerade jemanden beenden umgebracht... Oh er ist einfach... Why уisisли Bunu spaуich bei den Kakteen... Oh ne Waffe! Oh die ist es. находится beekeepers Mein aim, Alter, das ist echt bei minus drei ist. Alter, so... Er ist nach hinten mit einer Jihadbombe weggemacht. Das ist doch komplett dumm. Ich hasse dich so sehr. Achher Oh Gott. Oh man, Lukas, da machst du nix. Da haben wir Fähig gehabt. Ja, ich habe mich mit der Disco-Präger mal getötet. Da machst du einfach nix. Das war einfach ne Wunderschöne. Bin ich als Kriter. Wie kann ich es machen, dass ich einfach irgendwo random spawnen nicht da und bei mir selber? Weil ich wach dann immer ohne Waffe. Dann spawnst du bei deinem normalen Standard-Spawn. Wenn du am Anfang der Runde gespawnt bist. Na okay. Echt? Geil. Wieder was gelernt. Ah, schon angeschossen! Oh nein, die Runde ging schon so beleidig. Du beleidigst. Du bist dafür bekannt. Oh, komm mit der Diegel, da hätte ich den Shotgun genommen. Ich hab sogar eine. Oh nein. RIP Karma. Guck dir meine Punkte an. Oh Gott, geht's mir alle da weg jetzt. Hallo. Ich hab Angst. Hallo. Hallo. Ich hab noch 100. Noch. So ist der Lubitz. Mit Blut. Mit Blut. Mit Blut. Mit Blut. Mit Blut. Hä, was? Hä, was willst du jetzt vom Haus? Du hast direkt an mir vorbei geschossen. Ich hab gar keinen Schuss abgegeben. Warte, ich hab aufm Haus, aufm Haus. Da Faker. Da Faker. Jojo. 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 Wo geht das? Nein. Hey, ja, geh geh geh. Der hat gesagt, der war da rechts vom Haus. Du warst der einzige, der rechts vom Haus war. Da unten ist er nicht. Der ist im Wasser. Das kommt er nicht. Ja, ich hab ihn weg. Mach. Hostel Nemo. Ja. Ich geh auf den. Ja, dann confirm den bitte. Ja, nein. Wo im Wasser? Sag mal vorher. Nein. Baby, das war nicht mehr. Das kann nicht mehr sein. Okay, Nemo ist Proven, ne? Ja, Herbert Trader. Jungs, bin Proven. Warte, doch. Das Tiefen ist schon tot und dort. Ich glaube, das Tiefen ist schon tot und dort. Ich bin im Nettox-Bond. Weil irgendjemand... Wer vor euch ist im Nettox-Bond? Ey, ich bin im Nettox-Bond und neben mir ist irgendwer in der Lava noch gestorben. Ja, ich bin in der Lava gestorben. Ja, ich bin in der Lava gestorben. Ja, das ist gut. Das ist der Jujo jetzt nicht im Nettox-Bond ist, weil Oana ist nicht beim Nettox-Bond. Hey, aber wenn der Sieb und Olli weg sind, dann muss ich... Wo bist du? Bei einem Leuchtturm. Bei der Luki, du lächst für mich übel. Dann ist der Lukas. Wie so bin ich jetzt? Ne, weil der Nemo ist Poo. Ich weiß, dass ich in Olli bin, der Luki ist. Ja, der Olli ist noch nicht confirmt. Der Olli ist noch nicht confirmt. Der Olli ist nicht confirmt. Ist der denn tot? Naja, der redet nicht mehr. Ja, der ist vorher ein Jujo hinter den Sprung. Ja, dann geht zum Traitor, äh, geht zum Traitor-Testerhaus und killt euch mal gegenseitig, bitte. Der Nemo ist Proven. Ja, ich hab'n Olli gefunden. Der Eno ist safe to Lukas. Hey, ich bin's ne, leider. Ich hab'n vorher im Leuchtturm sogar einen Hits gekriegt. Mach'n Jan weg. Da Nemo, 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 am Leuchtturm oben, Nemo. Ja, Jungs, ich bin's. Binnenproven oder so. Ey, dann brauchen wir noch die Leiche vom Ghandi. Äh. Ja, okay, das ist der Nemo. Und ansonsten ist der Jan. Ja, der hat auf mich geschossen. Ja, der hat auf mich geschossen. Geht euch mal zum Traitor-Testerhaus und killt euch gegenseitig. Ja, perfekt, Nemo. Ey, das ist aber ein bisschen unfair, ich hab' 51 Kollegen. Wo bist du? Ja, genau hinter dir. Ja, aber das ist noch nicht mal Proof, ob das Team noch lebt. Ja, du gehst hoch, geh hoch. Ja. Ja, wenn Nemo Leute anschießt. Aber das Team, wenn der Wort noch nicht konfirmt, dann... Der ist runtergesprungen, glaub' ich. Oh Leute, ich hab'n Nemo mit nem Headshot, dann ist das Steven. Hä? Ich wusste nicht, dass das Steven noch lebt. Ist der 11k oder wo ist der? Verdammte Scheiße. Hi. Sorry Jan. Sorry Jan, war ein bisschen semi-girl tatsächlich. Geh mich auch zu. Und was ist mit mir? Ach, nö. Ach Koller, geh doch weg. Du bist blöd. Hä, das bin nicht ich. Nur so. Koller, alter. Straftifach. Ey, ja, Mann, lass mich, ich bin verwirrt. Ich auch. Ach, Mann, verbößt euch doch einfach. Aber was ich da nicht verstehe, wenn dann... Wie können sie bitte beide? Ach, ich versteh's nicht. Sind wir wieder drei Traitor? Ich versteh's nicht. Ja, sorry Jan, dass ich dir nicht geglaubt hab, aber keine Ahnung. Für mich warst du ja so der letzte, der klebt hat neben mir. Oder um's anders auszudrücken. Ups. Kommst du langsam mal runter? Ne. Bleib oben. Ist aber lame, so. Für alle beteiligt. Ja, find ich auch. Ja, find ich auch. Ja, ich find ja keinen. Und jetzt soll ich jetzt mit allem HP zu euch hingehen. Glaub's auch. Ey, boy, du weißt doch, wo ich bin. Scheiß weiß ich. Ey, du hast es vorher noch nicht geschossen. Unten in dem Keller bist du nicht. Da war ich gerade drin. Du bist nicht unten in dem Keller. Ich war da gerade drin. Ey, das ist ja Quatsch. Ja, ich renge gerade hier ein bisschen rum, aber... Hast du? Ja. Weißt du, was jetzt lustig wäre, wenn ich einfach in die Fackel reinlaufen würde? Das wäre einfach toll. Das wäre einfach nur schön. Ach, da ist einer. Oh, da vorne am Haus beim Nervenportal. Jo, mach den mal. Ja, klar. So kurz. Hey, leg die Hand tot. Der Arme. Er war eh nur. Dissert. Entfällt euch noch mal. Herr, sag mal was. Hey, Herr Kolla, wenn du feier Geld zu hast, obwohl du Flut rost, dann ist das echt scheiße. Ich finde dich halt echt nicht, ich glaub wirklich die ganze Zeit rum. Achso. Jetzt hat er noch Second Chance. Ihr hattet alle Second Chance bisher Steven. Ich hab dich gekillt und den anderen vorhin und ihr hattet beide Second Chance. Ja geil, erstmal einen fetten Lag. Oh shit. Ach fuck, ich verpiss dich. Ach komm doch her. Ja, das ist halt so. G, G. Bei allen hat dieses Mal die Second Chance getriggert. Warum passiert das bei mir nie? Ey, Luki, du bist du irgendwie geistig zurückgeblieben. Letzte Runde, ich bin straight, ich bin hier mal in der Disco. Hey, weil Luki mir einfach wieder so auf den geschossen hat. Ey, ich hab keinen einzigen Schuss abgegeben. Das war der Faker. Ja, du warst der einzige, der da war. Du weißt doch, dass Luki behindert ist. Ach, halt die Fresse. Da müssen wir doch nicht drüber reden. Das kannst du zwar jetzt so behaupten, aber gewonnen habe ich gerade trotzdem. Ey, ja, aber win halt irgendwelche Fehler. Luki, du kannst mal wieder random killen. Hast du Lust? Oh lol, der ist gerade irgendeinen Granat. Jan ist hurt. Ja, weil ich runtergefallen will. Jan hat gerade echt gemacht. Ich hab halt echt Angst, dass da irgendwie wieder so ein Disco kommt, die haben wir wieder weggeflückt. Connor, David, bitte random killen, komm mal her, bitte. Ja, klar. Jojo, was machst du da? Bestes, bestes. Ja, die hat ja nichts getan. Ja, wo bist du? Jan Hart hat gerade einen Shotgunschuss abgegeben. Nemo, bei mir. Hey, ich hab gar keinen Schuss abgegeben, das war Jojo. Jan Hart hat gerade volle Möhre auf jemand anderen geschossen. Hey, Jojo, hast du gerade eben das Fehler ausgemacht? Ich glaube, der Nemo hat mich killt. Herr Lubitz, suchen Sie sich Freunde, aber nicht mich. Oh, scheiße. Wer ist das, wer ist das, Lufi? Nemo ist frei zum Abschluss. Sorry, wenn du's nicht bist, aber ich stand vor deinem Gesicht und war auf einmal tot. Jojo, hast du gerade wieder rausgemacht, dass Nimmer O-Zock wird, wo wem mal killt worden ist. Ja, weil das den Server komplett aufgehackst hat. Ja, komm, das ist doch dumm. Das hat den Server aufgehackst und das sollten wir doch raffen. Ich bin Proof, ich hab Nemo gemacht. Ja, Jan ist Proof, Nenno. Mir ist sonst noch hier, äh, Jojo. Jojo. Oh, Nemo, mein Second Chance ist einfach okay. Wenn man das nicht rafft, dann... Ja, Lukas bei mir. Lukas bei mir, ich hab nur einen letzten AP. Ja, wenn man das nicht rafft, scheiße ist es trotzdem, weil wenn da einer am Läuft und ich... ...und dich mit der Silenced AWP wegmacht und du raffst es nicht, dann ist es nicht deine Schuld. Ja, aber man kann halt wieder nicht, ähm, Map auswählen, wenn ich verspille will. Ja, halt schon, ist wurscht. Das ist halt kacke. Oh, Second Chance ist einfach nur toll. Wer ist denn rausgegangen aus dem TS? Der Bauer, glaub ich. Der Bauer. Ja, die ganze Zeit. Ne, bei. Hey, der ist rausgegangen. Der ist auch nicht mehr im Game drin. Achso, ja. Wahrscheinlich hat Nemo Rage quittet, weil... Grupo 6 zu Hause. Oh, geil, oh. Stell dich drauf. Ach, komm. Ich darf auch, du spürst dich. Hier ist der Jojo. War der Luki. Ja, der Dele ist hier, Bitsch, ne? Ich stell dich ja drauf, dass da Olli ist. Geh mal bitte weg, danke. Nein. Olli, lebst du noch? Oliver. 87 Kp. Oliver. Oh, das ist doch Stevens. Alter, was war das? Alles klar, ja. Immer wieder gegen alle Hetzten. Ja, Steven, äh, nein, warte. Oh, was ist dich? Ach, übrigens, ich hab vom Nemo Rage silence AWP, damit hat er bestimmten... Ja, damit hat er mich auch gekriegt. Da hat er bestimmten entweder dich oder Olli. Ne, mich, 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 weil es keinen Sound gemacht hat, das war ich. Ich stand direkt vorhin. Äh, ja, wenn Olli... Lebt Olli noch bis zum Trage? Don't know. Steven? Ja, bitte? Ja, battle dich mal mit Jojo, bitte. Alter, scheiß. Oben am Trailer-Testerhaus, doch bitte. Der ist im Troo, oder? Wie viele Trailer gibt's denn? Ja, zwei. Einer ist tot. Und, äh, Jan ist Proven Inno. Und ob Olli noch liebt. Wer, wer, wer ist denn tot? Äh, Nemo. Und wahrscheinlich Olli. Ja, wieso? Ne, ich denk, Olli sagt einfach nichts. Da oben ist der Lukas. Ne, bin schon die ganze Zeit oben. Der Collar, der Collar liebt Ja, nur. Ja. Wieso haben wir gar nichts gesagt? Der wollte, dass sich die zwei battlen, der Trailer der Alte. Ja, ja, klar. Ich hab mal die ganze Zeit gesagt, dass die oben war. Ach so, die ganze Zeit durchgeht. Du hast nichts gesagt. Hey, ich hör' nicht, aber ich hab mich vorher gesatzt mit dir oben. Ja, vorher. Ne, da ist der Steven. Ja. Da ist der Steven. Ich kenn dich gerade alle. Der hat safe mit Olli gemacht. Ja, genau. Ich bin genauso die scheiß Klippe runtergefallen wie du. Wie viel Leben hast du? 89. Ja, geht, geht. Der Collar eben da runter. Der hat Olli gemacht. Ich call jetzt mal gar nichts. Meine Calls gerade eben waren so gut, dass ich jetzt mal lieber in der Mauer. Die waren so gut. Mir ist der Jan. Mir ist der Jan. Loll. Ja, ist er. Ja, vom Turm oben, vom Turm, dann ist der Lukas, der Lukas in sich. Collar, Collar, Collar. Hat auf dich geschossen. Oder ist geoffen. Ja, ist doch safe noch am Leben. Ach, hat Jojo gemacht. Ja, perfekt. Ja, Collar ist übrigens kill on side. Same. Ja, Collar. You are not be revived. Oh, der Collar war da faker, ne? Oder? Lukas plays? Mhm. Mhm. Gut. Jan ist verrufen. Ja, dann ist Olli noch am Leben. So ist das mit dem Olli. Ja, ich bist du dumm. Jan ist gerade gestorben. Jan. Keine Ahnung, aber du bist dumm. Gut. Das ist die Verhältnisse auch geklärt. Ich gehe essen. Geil. Easy. Jan, ich habe am Turm gecallt, drei Sekunden bevor ich gestorben bin. Yo, Lukas bei mir, ich habe nur noch 19 AP. Drei Sekunden später war ich dann tot. Steven, zu dir. Deine Deduction ist ungefähr so gut wie von Jan im besoffenen Modus. Olli muss es sein, weil er die Fresse hält. Ja, es hat keiner mitbekommen, wie du gestorben bist. Das ist die einzig logische Schlussfolgerung. Ja, ich muss jetzt da kurz weg. Ich...